Guten Abend meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich im Körperforum zu unserer Veranstaltung. Welches Europa wollen wir in gemeinsamer Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung? Ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist an diesem Sommerabend. Ich freue mich auch, dass viele junge Gäste gekommen sind von Hamburger Schulen und ich begrüße auch die, die uns am Livestream folgen. Mein Name ist Martin Meister, ich leite die Kommunikation der Körperstiftung. Wir sprechen an diesem Abend über Europa und die Wahlen zum Europäischen Parlament, aber heute, am 23. Mai, ist bereits ein anderer Tag gekommen. Das deutsche Grundgesetz hat sein 70-jähriges Jubiläum. Nicht wenige Experten haben dieses Grundgesetz für äußerst gelungen erklärt. Es sei nicht ausufernd, weise den Grundrechten einen hohen Stellenwert zu und beschränke sich im Übrigen auf das Staatsnotwendige. Und auch Navid Kermanis Worte gebe ich gerne wieder, der das Grundgesetz einen Text genannt hat, der vollkommen ist. Für unsere Diskussion wichtig, das Grundgesetz verankert Deutschland innerhalb Europas. Schon in der Präambel heißt es, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Im Jahr 1992 stimmten Bundestag und Bundesrat darüber hinaus dem Europaartikel des Grundgesetzes zu, dem Artikel 23. Dort heißt es, zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Aber nicht irgendeiner Union, sondern einer, so der Gesetzestext, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen verpflichtet ist und diese auch schützt. Mit dem Grundgesetz haben wir uns selbst auf die Mitwirkung an einem geeinten Europa festgelegt. Das klingt nüchtern, verdankt sich aber, so meine ich, einem Akt von politischer Vernunft, der groß ist, der kühn ist und für den man sich begeistern kann. Für die europäische Einigung und die Wahrung des Friedens übertragen wir bestimmte Hoheitsrechte Deutschlands auf die EU. Nicht bedingungslos, aber bei Einhaltung der Bedingungen in vollem Ernst. Lässt sich etwas wiedergewinnen von der Kühnheit, von der Begeisterung, die die politische Vernunft tragen können. Wir erleben eine Zeit, in der es nur noch darum zu gehen scheint, Europa zu retten, irgendwie zusammenzuklammern, nicht weiter zerfallen zu lassen. Wie gelangen wir in eine neue Zeit, in der Europa wieder stärker geprägt ist von Vertrauen, vom aufeinander zugehen? Wann fangen wir wieder an, Europa neu zu denken? Vielleicht kommen wir auch diesen Fragen näher heute Abend, denn mit der Politologin und Publizistin Ulrike Gero haben wir jemanden zu Gast, die sich mit nichts intensiver beschäftigt als mit Europa und seinen Institutionen. Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie, lautet der Titel eines ihrer Bücher. Zusammen mit dem Autor Robert Menasse hat sie sie ausgerufen, von Balkonen, die Europäische Republik. Frau Gero grenzt sich von den üblichen, ungefährlichen und ungefähren Europa-Statements ab, die wir im derzeitigen Wahlkampf wahrnehmen. Sie klären auf, Sie streiten, Sie motivieren, liebe Frau Gero, für eine Vision von Europa. Herzlich willkommen. Visionen für Europa, sie hat auch unser Gast Navid Kamani entwickelt. Schon vor mehr als zehn Jahren in einem Zeitungsartikel. Da reist er in das Jahr 2032 zu einer EU, die Aufnahmeverhandlungen mit Maghreb-Staaten führt und von einer schwarzen Außenministerin vertreten wird. Mich würde interessieren, lieber Herr Kamani, wie stellen Sie sich Europas Zukunft heute vor? Seit vielen Jahren haben Sie sich als öffentlicher, intellektueller und Schriftsteller immer wieder eingemischt in die politischen und gesellschaftlichen Debatten. Anfang 2018 erschien Ihr Reisetagebuch Entlang den Gräben, das man auch als Plädoyer für Europa lesen kann. Im gleichen Jahr haben Sie die Europapolitik der Bundesregierung scharf kritisiert und gefordert, Europa müssen Flügel wachsen. Mutig und immerzu kritisch, herzlich willkommen, Herr Kamani. Im Rahmen Ihres Fokusthemas der Wert Europas ruft die Körperstiftung dazu auf, am 26. Mai zur Wahl zu gehen, die Wahlen ernst zu nehmen, damit nicht die entscheidende Europa zerstören wollen, weil wir an ein geeintes und starkes Europa glauben. In diesem Mai erleben die Europäer noch ein weiteres Jubiläum, den 15. Jahrestag der mittel- und osteuropäischen EU-Erweiterung. Aber gerade jetzt zeigen sich wachsende Entfremdlung zwischen Ost und West. Unser Fokusthema erinnert daran, wir wollten aufeinander zugehen, gemeinsam Europa entwickeln. Doch nun scheint es, dass die Trennungslinien zwischen den alten und den neuen EU- Mitgliedstaaten größer werden, jedenfalls zwischen ihren Regierungen. Wir sind froh, dass wir mit dem ehemaligen polnischen Botschafter in Deutschland und in den USA, Janusz Reiter, jemanden auf dem Podium begrüßen dürfen, der in Ost und West vermittelt, ohne sich vereinnahmen zu lassen. In seinen Plädoyers für Europa klärt er Publizist und Germanist auf über die Erinnerungskulturen und über die Gegenwart, über das Versprechen Europas und seine Realität. In Ost und West spricht er über die erkennbare Entfremdung Polens von der EU, aber auch vom deutsch-polnischen Verhältnis, das jedenfalls bis vor kurzem alle guten Erwartungen übertraf. Herzlich willkommen, lieber Herr Reiter. Applaus Meine Damen und Herren, ich habe eingangs vom Grundsätzlichen gesprochen, um nicht zu sagen vom Grundgesetzlichen. Dabei gibt es so viele aktuelle Probleme und Fragen, die Europa bedrängen. Umso froher bin ich, dass wir mit Daniel Brössler einen Moderator gewonnen haben, der es vermag, diese ganz unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Themen zu sortieren und einzuordnen. Daniel Brössler ist heute Korrespondent im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung und war lange Jahre deren EU-Korrespondent in Brüssel. Herzlich willkommen, lieber Herr Brössler. Applaus Zum Schluss meiner Worte darf ich Sie, liebe Gäste, auch die Jüngeren, noch herzlich einladen, die Bühnendiskussion zum gegebenen Zeitpunkt mit Ihren Fragen zu bereichern. Übrigens freuen wir uns auch, wenn Sie nach der Veranstaltung an unserer Publikumsbefragung teilnehmen. Hinweise dazu finden Sie auf den Stehtischen. So oder so, bleiben Sie gern noch mit uns auf ein Glas, um auf Europa anzustoßen oder, wenn Sie mögen, auch auf das deutsche Grundgesetz. Applaus Ja, herzlichen Dank für diese Einführung. Schönen guten Abend. Was soll ich sagen? In 73 Stunden ist das Schicksal Europas besiegelt. Jedenfalls für den Fall, das stimmt, was wir in den vergangenen Wochen so oft gehört und gelesen haben, vielleicht auch in meiner Zeitung. Muss allerdings sagen, dass obwohl ich beruflich mit der Europawahl zu tun habe und auch aufgrund meiner Zeit als Brüssel-Korrespondent schon sensibilisiert bin, sich mir persönlich das Schicksalhafte dieser Wahl nicht wirklich vermittelt hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir werden hören, wie es den Diskutanten hier auf dem Podium geht. Vielleicht liegt es auch an den Parteien, liegt es an der Art, wie Wahlkampf gemacht wurde. Oder möglicherweise daran, dass es vielleicht doch keine Schicksalswahl ist oder dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Wir werden hier darüber reden und wir werden, das ist uns aufgegeben, wir werden darüber reden, was für ein Europa wir wollen. Ich habe die Vermutung, dass wir nicht alle genau dasselbe Europa wollen. Das könnte jedenfalls sein. Darüber werden wir diskutieren. Deshalb geht es eigentlich um sowas wie die Bestimmung einer Schnittmenge. Die wollen wir hier heute finden. Ich würde mich also freuen, wenn wir in 90 Minuten eine Vorstellung von dieser Schnittmenge haben. Auch nachdem Sie sich eingebracht haben mit Fragen, die Diskussionen hier vielleicht noch mit angefeuert haben. Das wäre jedenfalls das Ziel. Herr Meister war so freundlich, mir die Vorstellung der Diskutanten auch schon abzunehmen, was zum Teil ja auch gar nicht nötig ist, weil sie eigentlich auch schon bekannt sind. Ich würde nur vielleicht mit einem Zitat von Herrn Kermani noch beginnen wollen. Das betrifft die Europawahl, nicht vor zehn Jahren geschrieben, sondern glaube ich vor nicht so langer Zeit. Da haben Sie die Frage aufgeworfen, bei welcher Wahl sich rechte und linke Populisten zusammenschließen, um Europa zu besiegen, spätestens in Frankreich, aber vermutlich bereits bei der Europawahl im nächsten Jahr. Vergangenes Jahr war das. Die Europawahl ist jetzt in wenigen Stunden. Darüber werden wir auch reden, was von den Populisten zu erwarten ist bei dieser Wahl. Ich würde die drei, die hier sitzen, zunächst einmal bitten, diese Frage zu versuchen, eingangs zu beantworten. Also wenn man so will, welche Vision sie für Europa haben, wo Europa hin soll, aber vielleicht auch die Frage gleich mit aufzunehmen, was passiert, wenn es schief läuft. Also was das Europa wäre, das wir fürchten müssen. Herr Kermani, wollen Sie vielleicht anfangen? Ja, guten Abend, gerne. Ich würde aber lieber noch beginnen mit dem Grund für Europa, denn der führt ja in die Zukunft, weshalb es eigentlich das Europäische Projekt gibt. Und das ist etwas, was, glaube ich, in den letzten Wochen auch in diesem Wahlkampf eigentlich gar nicht richtig zur Sprache gekommen ist. Also weshalb eigentlich Europa? Das wurden dann eine Reihe von pragmatischen Gründen genannt. Also Europa kann bestimmte Lösungen nur gemeinschaftlich anbieten, kann sich nur gegen die Internetkonzerne durchsetzen und so weiter und so fort. Die ganzen Fälle kennen Sie, wofür es Europa braucht. Aber das sind ja alles pragmatische Dinge. Man könnte sich ja vorstellen, dass es dafür gar nicht Europa könnte, könnte ja andere Organisationsformen geben. Und etwas, und ich glaube, das ist eigentlich auch der Kern der Krise Europas, ist etwas abhandengekommen, warum es eigentlich Europa gibt. Wir sind ja gewohnt, damit sind wir groß geworden, Europa ist das Friedensprojekt, Europa hat die Menschen befriedet, die Völker befriedet, ja. Aber dieses Argument scheint ja den Menschen heute nicht mehr, jedenfalls es scheint sie nicht mehr wirklich zu begeistern, weil es so selbstverständlich geworden ist. Niemand kann sich vorstellen, dass Frankreich und Deutschland wieder in den Krieg ziehen würden, wenn jetzt die Europäische Union scheitern würde. Aber es gibt ja doch, Europa hat ja begonnen lange vor der Gründung der EU. Es gab einen Gedanken, warum es Europa gibt. Es gab Philosophen, es gab Autoren, es gab Dichter. Es war ein Projekt übrigens auch der Dichter und Philosophen, es war kein Projekt von Wirtschaftskommissaren oder von Politikern, es war ein Projekt der Dichter und Denker, die sich im Zuge der Herausbildung der europäischen Nationalstaaten, die eben auf der Einheitlichkeit des Staatsvolkes beruhten, der Universalität bestimmter Ideen, auf die Universalität bestimmter Ideen hinwiesen. Und im Kern, und das ist eigentlich der Kerngedanke der europäischen Einigung, und der dann doch sehr aktuell ist, der Kerngedanke ist aus meiner Sicht eigentlich das säkularisierte Gleichheitsgebot der biblischen Tradition. Alle Menschen sind gleich, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das war der Gedanke in der Aufklärung, in der französischen Revolution, der Menschen begeistert hat. Alle Menschen sind gleich. Deshalb war Europa immer ein Projekt, das gerade auch Minderheiten vorangetrieben haben, weil sie in diesen einheitlichen Staatsvölkern nicht aufgegangen sind, weil sie in diesem Nationalismus keinen Platz fanden, der sich dann immer bildete. Und im Kern ist das der große Pathos des europäischen Projektes, der lange bevor es die Montanunion gab, lange bevor es Kohle und Stahl gab, dieser Gedanke, alle Menschen sind gleich, säkularisiert der Gedanke der biblischen Tradition, des Christentums, des Judentums. Denn das ist ja nicht sehr verständlich. Wenn die monotheistischen Religionen etwas Großes geleistet haben, der Menschheit geschenkt haben, dann war es dieser Gleichheitsgedanke. Der ist ja nicht so, dass er normal ist. In anderen Traditionen findet sich der nicht so, dass alle Menschen gleich sind. In der Antike haben wir Demokratie, haben wir Freiheit, aber wir haben nicht den Gedanken, dass alle Menschen gleich sind. Der Antike beruht ja gerade darauf, dass nicht alle Menschen gleich sind, weil ja die Sklaven müssen ja die Arbeit leisten, damit die Bürger gleich sein können und frei sein können. Und dieser evolutionäre Gedanke, übertragen, ein Gemeinschaftswesen ist Europa. Und wenn ich mir, ich bin ja oft in Schulen unterwegs, also mache ich oft Lesungen und bin überhaupt doch recht viel unterwegs im Land und denke, dass dieser Gedanke, dass Menschen, der Gleichheitsgedanke für Menschen in einem Europa, wie es heute wieder entstanden ist, wie es ja eigentlich schon immer gab, ein Europa, das multikulturell ist, das aus vielen Sprachen, vielen Religionen, vielen und so weiter und so besteht, ist das ein Gedanke, der weiterhin Menschen auch, auch der Menschen etwas bedeutet. Und wenn Sie sehen, was Nationalismus will, Nationalismus spricht auch von Freiheit. Er meinte ja immer unsere Freiheit, also die Freiheit von uns, die jetzt in diesem Namen des Nationalismus sprechen. Er meint ja nicht die Minderheiten, er meint nicht die ganze Welt. Er meint, und da können Sie das runterbuchstabieren, auf Klimaschutz und auf homosexuellen Rechte und so weiter und so fort. Es ist niemals die Freiheit aller und auch der künftigen Generation, es ist die Freiheit derjenigen, die jetzt im Hier und Jetzt sind. Und das unterscheidet eben Europa im Kern vom Nationalismus. Und insofern, jetzt werde ich nicht mal die Zukunft ausbuchstabieren, aber daraus leitet sich ja einiges ab, ist an diesem utopischen, visionären Gedanken Europas, der den Gründerväter und Müttern Europas vollkommen präsent war. Jean Monnet, Schumann, die Sprachen von Afrika, die Sprachen von der ganzen Welt, dieser Gedanke, das ist der Gedanke von Kant, der diese Vision einer gerechteren Welt, der diesen Gründerväter und Müttern vollkommen bewusst war, das ist etwas, was natürlich, wenn man sagt, wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa, vollkommen flach fällt, weil man Europa reduziert auf den ökonomischen Vorteil, wenn der aber nicht gegeben ist, wie in Südeuropa zum Beispiel oder in Großbritannien, in den Midlands, wo man vor dem Brexit gestimmt hat, weil einfach Europa keinen Vorteil bietet ökonomisch, dann steht Europa ziemlich dünn da. Und ja, das ist jetzt einfach nur mal, wie gesagt, ich will das jetzt in die Zukunft hinein, aber daraus ergibt sich ja einiges, was ich mir für Europa wünsche, dass es diese, seinen eigentlichen idealen Kern, der in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielt, keiner der Kandidaten spricht überhaupt über Ideen, dass, ich glaube, ein Europa ohne Ideen wird nicht bestehen können. Vielen Dank, Frau Gero. Ein Europa der Gleichheit, ist das Ihre Vision? Also ich stimme Herrn Kamani völlig zu und mache daraus jetzt mal ein politisches Programm. Wir sind ja gefragt, welches Europa wollen wir? Und Sie haben uns anmoderiert, dass wir wahrscheinlich nicht das gleiche Europa wollen. Dem würde ich zustimmen. Wir haben aber auch, wir wollen nicht alle die gleiche Bundesrepublik und haben trotzdem ein Grundgesetz, was ja hier anmoderiert wurde. Und deswegen würde ich dafür pläsieren, dass wir Europa genauso bauen, wie wir die Bundesrepublik gebaut haben. Das heißt, wir diskutieren nicht, welches Europa wir wollen, sondern wir diskutieren erst mal, wie wir Europa wirklich kriegen, wie wir ein europäisches Grundgesetz bekommen, wie wir uns in einen Prozess im Prinzip der Verfassungsgebung begeben können. Macron hat das gestern nochmal angeregt, die Gründung einer europäischen verfassungsgebenden Versammlung. Das ist gestern noch nicht mal mehr so groß durch die Nachrichten gehuscht in Deutschland, weil Macron schon so viele Absagen bekommen hat, dass es wahrscheinlich keine Nachrichten mehr wert ist, wenn der aus Paris nochmal funkt, dass hier irgendwie was passieren müsste. Aber der Deutschlandfunk hat es berichtet jedenfalls. Wir brauchen eine europäische Nationalversammlung, eine Constituante Europäenne. Ich würde mir wünschen, welches Europa wollen wir, dass wir die Legislaturperiode zwischen dem Parlament, was wir jetzt wählen am Sonntag und 2024, dass wir die dafür nutzen, dass wir eine Art europäisches Grundgesetz schreiben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn am Ende da eine europäische Republik rauskommt. Ja, weil bei der verfassungsgebenden Versammlung Deutschlands ist ja auch die Bundesrepublik herausgekommen. Und dann bin ich auch gleich bei dem, was Herr Navid Kamani gesagt hat. Das Erbe der europäischen oder der französischen Revolution, die ja als europäische Revolution verstanden werden kann, war Liberté, Égalité, Fraternité. Und der erste Satz der europäischen Menschenrechtserklärung war, alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Und das war tatsächlich der revolutionäre Akt auf diesem Kontinent und im Erbe dieser Tradition stehen wir hier. Und wir sollten das verfassen in einer europäischen Verfassung, einer europäischen Republik. Und was bedeutet das? Ich werde jetzt mal ganz konkret und trotzdem apolitisch. Wenn ich sage, wir begründen, wir machen einen verfassungsgebenden Prozess und wir begründen eine europäische Republik, begründet auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz aller europäischen Bürgerinnen und Bürger. Dann heißt das was? Es würde heißen, dass wir den Begriff des Bürgers einfach mal ernst nehmen. Sie sind alle aufgerufen, am 26. Mai zu wählen. Ich hoffe, Sie werden das auch tun. Trotzdem ist, wenn wir den Begriff des Bürgers ernst nehmen, im Sinne der Rechtsgleichheit, ist diese Rechtsgleichheit für die Bürgerinnen und Bürger Europas heute nicht gegeben. Sie sind Unionsbürger. Sie haben das Recht, wenn Sie sich in Zimbabwe verlaufen und da zufällig kein deutsches Konsulat ist, zum dänischen Konsulat zu gehen. Das ist alles schön. Wir haben verschiedene Rechte, die uns als europäische Bürger miteinander verbinden. Aber in den drei Dingen, die Pierre-Rosan Valland, der französische Soziologe, das Sacre du Citoyen nennt, das Heiligtum der Bürger, nämlich Steuern, Wahlen und Zugang zu sozialen Rechten, sind wir als Unionsbürger nicht gleich. Sondern wir sind Finnen, Deutsche, Portugiesen, Slowenen, Franzosen oder Polen. Und wir sind permanent in diesen drei Dingen, die aber das Heiligtum des Bürgers sind, zueinander in Konkurrenz gesetzt. Wir sind einem Steuerwettbewerb über nationale Gesetzgebung ausgesetzt. Wir sind einem sozialen Wettbewerb ausgesetzt. Das sehen Sie an all den Debatten, die Sie jeden Tag in der Zeitung verhandeln, wenn zum Beispiel in Österreich darüber diskutiert wird, ob ein Arzt aus Rumänien Kindergeld für seine Kinder in Bukarest bekommt. Soll heißen, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz gilt nicht auf europäische Bürger bezogen. Ich würde das gerne ändern wollen. Wenn wir das tun, machen wir genau das, was Cicero, Equium Use, als die Definition der Republik anbietet. Die Republik sind diejenigen, die beschließen, sich in den Status der Rechtsgleichheit zu begeben. Darum bin ich dafür. Wir fangen nach den Wahlen an, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Wir wollen dann als europäische Bürgerinnen und Bürger 500 Millionen auf dem Kontinent genau eine Sache. Wir wollen ein Europa auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Und wenn wir das verfasst haben, nennen wir das Europäische Republik. Frau Gerohl, Sie haben... Das Stichwort, das Stichwort, über das wir sprechen müssen, haben Sie schon später sprechen müssen, haben Sie schon genannt, beschließen müssen. Die Bürger der europäischen Staaten müssten das beschließen. Ich habe so eine Ahnung, dass Herr Reiter, jetzt werden wir gleich mal nach einer Schnittmenge schauen, wenn er jetzt über seine Vorstellung von Europa spricht, das ein bisschen anders akzentuieren wird. Ja, da haben Sie recht. Nur machen Sie es sich bitte nicht so einfach zu glauben, dass ich das tue, weil ich polnischer Bürger bin. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin im gewissen Sinne gegen antieuropäische Versuchungen geimpft, einfach durch, das ist kein Verdienst, keine Tugend, sondern ich bin nicht geboren und aufgewachsen in der Europäischen Union, in dem Europa, wie wir von ihm sprechen, sondern ich bin in einem europäischen Land aufgewachsen, aber wenn ich sagte, wo ich lebte oder oft hörte ich von Menschen, die in Ländern der europäischen damals Gemeinschaft lebten, die hörte ich Sätze wie bei uns in Europa, da sagte ich, ja und bei uns in Asien. Also ich kenne das Gefühl und das Bedürfnis, dazu zu gehören, nicht nur wegen meiner persönlichen Bedürfnisse oder Träume, sondern weil ich davon überzeugt war, dass das das Beste war für das Land. Das Bedürfnis hat mich tief geprägt und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu Europa war eine der treibenden Kräfte der ganzen politischen Revolution in Polen, die in Polen länger dauerte als in anderen Ländern, die begann 1980 und endete erfolgreich Mitte 1989. Und ich habe Germanistik studiert und ich las oft Heine, das ist mein Lieblingsdichter und ich kann mich erinnern, wie Heine schrieb, die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Genüse der Freiheit. Europa war verlobt mit dem schönen Genüse der Freiheit. Und ich wusste, was Heine da mich meinte. Ich muss gestehen, wenn ich das heute irgendwo zitiere, dann klingt das in manchen Ohren schön, aber so richtig spricht das nicht mehr sehr viele Menschen an. Aber okay, ich kann das denjenigen, die ihr ganzes Leben und denen die Freiheit geboren wurden, nicht übernehmen, dass sie dieses Privileg hatten. Trotzdem ist es, glaube ich, tut es allen gut, sich daran zu erinnern, dass Freiheit nicht etwas ist, was man durch Geburt bekommt, sondern Freiheit muss man immer wieder erkämpfen. Und in Europa kann ich mir keine andere Ordnung vorstellen, als eine europäische, in der Freiheit gesichert ist. Wie das geschieht, und das ist wahrscheinlich eine viel schwierige Frage, von außen her betrachtet, ist Europa ein Kontinent, der so viel Wohlstand, so viel Freiheit und so viel Sicherheit hat wie kaum ein anderer. Wir werden, und es gibt viele, die an diesem Wohlstand, an dieser Freiheit und Sicherheit teilhaben wollen. Also gut, hört sich gut an, ist auch gut. Aber, die Frage ist, die Frage ist, werden wir, wir werden beneidet, aber die Frage ist, werden wir bewundert? Und bewundern wir uns selbst dafür, was wir jetzt tun? Ich glaube, wenn heute so viele Menschen in Europa sagen, ich glaube, meinen Kindern wird es nicht so gut gehen wie mir, dann ist das etwas Beunruhigendes. Und dann muss man, dann muss man das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Das ist etwas, was, glaube ich, auch mit Europa zu tun hat. Und wir müssen den Menschen wieder vermitteln, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie ihre Zukunftsaussichten sind und Europa. reiche Länder wie Frankreich und Italien, das sind Länder, die ihr Vermögen aufgebaut haben über Jahrhunderte, mehr als in Deutschland eigentlich. Aber das Problem ist, wir in Europa wird von vielen Menschen, vielen Europäerinnen und Europäern empfunden als ein Kontinent, in dem wir immer mehr uns darauf konzentrieren, wie wir den Wohlstand verteilen und nicht neuen Wohlstand schaffen. Und letzte Bemerkung, wir werden in der Welt auch leider wenig geachtet. Denn Europa, die Europäische Union ist erstens etwas Einmaliges, ein Sonderfall in der europäischen Geschichte und dann ein Ausnahmefall in der ganzen Welt. Und wenn man das weiß, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Denn das bedeutet, wir können das nicht für so verständlich halten. Wir sind sieben Prozent der Weltbevölkerung und die Welt tickt anders als die Europäische Union. Die Europäische Union muss auch dafür sorgen, dass sie Respekt bekommt. In Europa selbst, aber auch auf der Welt. Ich hoffe sehr darauf und glaube, dass das möglich ist. Vielen Dank. In meiner Vermutung fühle ich mich ein bisschen bestätigt, dass die Schnittmenge jetzt noch nicht riesig groß ist, aber einiges haben wir drin in der Schnittmenge. Auf jeden Fall die Freiheit. Ich würde eigentlich da anknüpfend, wo Herr Reiter aufgehört hat, mal die Frage stellen wollen, vielleicht ein bisschen kätzerisch, ob die Lage eigentlich wirklich so schlecht ist. Ich habe die vergangenen Jahre größtenteils in Brüssel verbracht. Ich habe die ganzen Krisengipfel erlebt. Eurokrise, Griechenland, Flüchtlingskrise, Brexit. Da ist schon eine Menge zusammengekommen und da war auch immer wieder viel Verzweiflung, dass es nicht schneller geht, dass es nicht weiter geht, dass man zu keinen Lösungen kommt. Aber andererseits, wenn ich jetzt gucke, wo stehen wir, ist es so schlecht. Es ist in den vergangenen Jahren ein Gewurschtel gewesen. Es sind Kompromisse gewesen, zum Teil faule Kompromisse. Aber da scheint es doch etwas zu geben, was funktioniert. Nach dem Brexit, ich habe dasselbe erlebt, gab es eine Stimmung in Brüssel zunächst. Wer ist der Nächste? Wie ansteckend ist das? So ist es nicht gekommen. Deshalb mal die Frage, Frau Gero, ist es eigentlich die vergangenen Jahre so schlecht gelaufen oder ist es eigentlich ganz gut gelaufen? Und gibt es da irgendein Modell EU, Sie wollen es anders haben, Sie wollen die Republik, ich weiß, aber gibt es nicht ein Modell EU, das zumindest funktioniert und das Sie tauschen wollen gegen etwas, von dem wir noch nicht wissen, ob es funktioniert? Ich würde gerne erst mal das Spielfeld vermessen. Ja, also Navid Kermaine hat angefangen mit Liberté, Egalité, Fraternité und dem Erbe der Revolution. Da bin ich eingestiegen, habe gesagt, ja, und das können wir jetzt machen, indem wir Europa verfassen über den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Und dann sind wir gewandert zu Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Und da sage ich nur, dass Wohlstand und Sicherheit zwar nice to have ist, aber es sind keine Werte. Das möchte ich nur einfach mal klarstellen. Man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein, man ist nur leider nicht frei. Deswegen lege ich immer großen Wert darauf, dass wir wissen, was wir verhandeln, wenn wir von Werten sprechen. Wenn wir von Werten sprechen, reden wir von Liberté, Egalité, Fraternité und nicht von Wohlstand und Sicherheit, obwohl das nette Dinge sind. Das wollte ich nur mal so als Grenze ziehen. Das ist nämlich das Problem des derzeitigen Wahlkampfs. Überall steht Europa für die Sicherheit und so weiter. Das heißt, meine These ist ja, dass wir Europa in dem Moment verraten, wo wir eigentlich Sachen, die nicht Werte sind, als Werte verkaufen, darüber aber die eigentlichen Werte Europas verraten. Aber vielleicht ist es im Wahlkampf aber auch deshalb... So, wo stehen wir? Wo stehen wir? Hängt sehr stark davon ab, wo wir gerade sind. Jetzt sind wir hier in Hamburg. Hamburg ist sonnig, eher gut unterwegs wirtschaftlich und insofern steht die EU-Diskussion in Hamburg, sage ich mal, wahrscheinlich nicht so schlecht. Wenn Sie in Turin sind, in Warschau, in Bukarest, wo auch immer, sieht das anders aus. Also die Frage, wo Sie gerade sitzen, wenn Sie über Europa sprechen, ist total wichtig. Und deswegen ist natürlich diese Sichtweise, dass da zwar geknatscht wurde in den letzten zehn Jahren, Euro-Krise, Griechenland, Italien und so weiter, und dass das irgendwie alles wehgetan hat. Das, was Sie, Herr Brössler, gerade sagen, aber dass das im Großen und Ganzen vorbei ist und dass die EU eigentlich doch in guter Verfassung ist, das kann man so sehen, aber wahrscheinlich auch eher hier als woanders. Und das, was ich dagegen ins Feld führen würde, ist, dass der Guardian ja vor drei Tagen eine Umfrage hatte. Und in dieser Umfrage ist eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer der Auffassung, dass die EU 2040 nicht mehr existieren wird, wenn nicht drastisch etwas passiert. Ich glaube, dass ich diese Einschätzung teile. Ich teile diese Einschätzung, weil ich in ziemlich vielen Ländern unterwegs bin und weil ich mir ein Gebräu angucke, was sich an EU-Kritik in der Latenz aufbaut. Und das ist viel mehr als der Nationalismus und der Populismus oder die Identitären, die sich jetzt mit Salvini da verbünden. Und das hat der Giefer-Hofstadt gestern in einem Interview gesagt, die Erosion des Europäischen Parlaments wird von innen kommen. Ja, also dass die, so wie die AfD jetzt den Bundestag aushöhlt und so weiter, dass wenn die mit einem Drittel die Identitären im Europäischen Parlament sitzen, dass wir natürlich befürchten müssen, dass es eine institutionelle Aushöhlung von innen geben wird. Wir müssen den sogenannten Populisten wahrscheinlich neidlos konzidieren, dass sie im Moment relativ gut unterwegs sind, sich zu bündeln, was ja die liberale Mitte nicht schafft. Die Salvini-Pressekonferenz, ja, wahre Finnen, Rassemblement Francais und so weiter, die sitzen da halt alle. Das, was sozusagen, wenn Sie mich fragen, wie schlecht ist es bestellt oder wie, was kann passieren in den nächsten vier Jahren, würde ich einfach gerne damit antworten, dass im Kräfteverhältnis diejenigen, die etwas wollen, immer gegenüber denen gewinnen, die nur verteidigen. Und solange wir keinen, und deswegen sitzen wir ja hier, ja, welches Europa wollen wir, solange uns nichts anderes einfällt, als immer gebetsmüdelartig zu sagen, wir müssen die EU verteidigen und retten und so weiter und so fort, gegenüber denen, die ein klares Ziel haben, so blöd das auch sein mag, das Ziel, ja, aber immerhin ein klares Ziel, antworte ich mit Heinrich Poppitz, Theorien der Macht 1972, wer ein Ziel hat, gewinnt immer gegenüber denen, die was verteidigen. Und zwar ganz egal, was das Ziel ist und was sie verteidigen, das ist nur ein Energiefeld. Und in dem Moment sitze ich tatsächlich hier mit meiner kleinen Postkarte, ich bin übrigens auch längst nicht mehr alleine, aber deswegen sage ich, the European Republic is under construction, was wir als liberale Mitte, wenn wir wirklich Europa wollen und zwar ziemlich egal, ob sie ein progressives, ein liberales, ein konservatives oder ein grünes Europa wollen, was wir vor allen Dingen erstmal brauchen, ist einfach eine Verfassung, weil ohne Verfassung ist alles nichts. Und solange wir die Frage nicht klären, wer in der EU entscheidet, Herr Tusk oder Herr Juncker, vielleicht doch Frau Merkel im Hinterzimmer oder vielleicht am Ende mal die europäischen Bürgerinnen und Bürger, weil wir der Souverän sind und wir in einer europäischen Nationalversammlung einfach mal entscheiden sollten, solange wird diese EU wahrscheinlich in meiner Einschätzung zumindest keine dauerhafte Perspektive mehr haben. Aber eine Verfassung bräuchte ja eine Mehrheit. Deshalb, Herr Kermani, die Frage, hat Herr Reiter wirklich das Spielfeld zu weit verlassen, indem er den schnöden Begriff Wohlstand eingeführt hat oder ist das nicht eine Voraussetzung die Überzeugung der Menschen, dass diese Union, zu der wir uns zusammengeschlossen haben, auch ihnen entweder Wohlstand sichert oder Wohlstand verspricht? Ist das nicht eine Voraussetzung dafür, dass sie sich zu dieser EU mit ihren Werten bekennen? Ich glaube, das darf man nicht voneinander trennen. Also niemand würde ja sagen, wir wollen, Menschen wollen keinen Wohlstand oder sie wollen nicht, dass die Dinge gelöst werden oder dass die Dinge geregelt werden. Und man sollte auch argumentieren, dass eine Europäische Union diese Dinge löst, die hier anstehen, also ob es ein Umweltschutz oder ökonomisches Ungleichgewicht. Und das Geniale an der Gründung des heutigen Europas war ja, dass man wirkliche große Visionen hatte und sie ganz konkret mit Kohle und Stahl umgesetzt hat, dass man nur beides hatte. Und das, wogegen ich argumentiere, ist, dass man die Vision einfach weglassen kann und glaubt, man könne jetzt nur mit kleinen, pragmatischen Lösungen vorankommen. Umgekehrt, wenn sie nur Dichter und Denker hätten, dann wäre wahrscheinlich Europa auch nicht gegründet worden, ehrlich gesagt. Also es gehört schon beides dazu. Aber dieser Vorbehalt gegen alles Visionäre ist in seiner Konsequenz realpolitisch katastrophal, weil er führt dazu, dass ein Konstrukt errichtet worden ist, das nicht funktioniert, was den Gegnern immer wieder neue Argumente liefert. Europa funktioniert in der Außenpolitik nicht. Ich könnte Ihnen jetzt fünf, sechs Beispiele nachdenken. Wir kommen auch noch zu einzelnen. Dann nehmen Sie nur die ganze Krise im Nahen Osten. Es gab keine europäische Außenpolitik. In keiner Weise. Vor unserer Haustür, vor der europäischen Haustür bildet sich über viele Jahre hinweg absehbar, alle Experten sehen es voraus, bildet sich eine Katastrophe. China agiert, Russland agiert, USA agiert, Saudi-Arabien agiert, Iran agiert, alle sind präsent. Wer hat keine Politik? Europa. Sarkozy stattet Ben Ali mit Waffen aus, Westerwelle marschiert am Tahrir mit den Demonstranten, Berlusconi küsst Gaddafi die Hand, Sarkozy führt gegen Gaddafi einen Krieg, damit er diese Wahlkampfunterstützung nicht ausplappert. Also das sind ja, es gibt keine, in all diesen, es gibt keine europäische Flüchtlingspolitik, Sie könnten das jetzt fortsetzen. Warum? Das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Wir haben ein Konstrukt, weil, da könnte man auch drüber reden, wann ist eigentlich Europa in die Schieflage gekommen? Europa hat ja immer Krisen gehabt, aber an welchem Punkt hat eigentlich, ist das passiert, dass Menschen dieses große Ganze nicht mehr gesehen haben? Man kann das ziemlich genau verfolgen, an einem anderen Generationen wechseln. Die Generation, die noch den Krieg, die quasi dieses Friedensprojekt vor Augen hatte, weil sie mit dem Krieg aufgewachsen sind, hatten den Grund Europas biografische Erfahrungen. sie wussten, da ist etwas, was über uns hinausgeht, was wir den Kindern mitgeben müssen, weil wir es von den Vätern und Müttern ererbt haben. In dem Augenblick, wo dieser Krieg nicht mehr biografisch, eine biografische Erfahrung war, wurde Europa pragmatisch gedealt, gemacht. Man hat es in Hinterzimmern, man hat es auf, man hat eine Institution geschaffen, die dieses Europa lösungsunfähig machen, die immer kleine neue Lösungen bieten, aber wie wird das gemacht? Man muss sich doch anschauen, was sind denn die Argumente derjenigen, die heute gegen die europäische, gegen Brüssel argumentieren? Ist ja nicht alles falsch. Wir haben ein Demokratiedefizit, wir haben Entscheidungen über die europäischen Bürger, die alle europäischen Bürger betreffen, werden ja nicht von einer europäischen Polis getroffen, sie werden getroffen von Führern, die national gewählt sind, die also ihrem eigenen nationalen Volk verantwortlich sind, aber getroffen werden sie für alle Europäer. Wenn jetzt also die Griechen in der Finanzkrise sagen, wir haben doch für eine Regierung gestimmt, aber die Beschlüsse, die unser Leben regeln, werden in Brüssel getroffen, und zwar nicht einmal von den dafür vorgesehenen Gremien, denn die sind ja beschlussunfähig, man kann ja gar keine Einheitsanstimmigkeitsprinzipien mit 28, das ist ja ein Regierungswesen beschlussunfähig, werden sie beschlossen in bilateralen Vorgesprächen zwischen den großen Nationen. Im Wesentlichen werden sie in Berlin beschlossen, können wir das mal kurz verhandeln? Bevor wir das alles Berlin anlassen, würde ich gerne an einem Punkt mal, ja, Sie könnten jetzt, weil Sie haben mich gefragt, wo funktioniert das, da könnte ich jetzt wirklich die nächste halbe Stunde füllen, wo Europa nicht funktioniert, und da würden mir wahrscheinlich einige, wenn Sie jetzt anwesend sind, einige, die am Sonntag eher für rechtspopulistische Parteien oder nationalistische Parteien wählen, würden mir sogar zustimmen, weil es einfach viele Bereiche gibt, wo Europa nicht funktioniert. Nehmen wir konkret einen Bereich, wo erkennbar für die Menschen Europa nicht funktioniert, und da würde ich die Frage stellen, ob es wirklich ein institutionelles Problem war, ich habe das ja in Brüssel erlebt, die Situation massenhaft zuströmender Flüchtlinge. Institutionell gab es eigentlich eine, hätte es eine Lösung gegeben, da haben wir nämlich Mehrheitsentscheidung, wäre eine Mehrheitsentscheidung möglich gewesen, es hat sogar eine Mehrheitsentscheidung gegeben, die war dann am Ende nicht durchsetzbar, wegen des Widerstands mehrerer EU-Staaten. Herr Reiter, ist das, ja, die Frage ist nur, ob es eine institutionelle, die Frage, die ich stellen wollen würde, ist, ist es eine institutionelle. Das haben Sie doch selber beantwortet jetzt. Nein, ich würde Herrn Reiter schon noch die Gelegenheit geben wollen, zu fragen, ob es ein institutionelles Problem ist oder ob der Widerstand zum Beispiel aus den mittelosteuropäischen Staaten andere Gründe hatte, die es übrigens auch gegeben hätte, wenn es institutionell andere Lösungen in Europa bereits gäbe. Also hat es in den, in der Bevölkerung Polens, anderer Staaten dort einen genuin anderen Blick auf diese Krise gegeben und wäre das sozusagen, wäre das ein Problem gewesen, das aufgetreten wäre, auch wenn institutionell die EU schon weiter wäre? Trotzdem, die Frage ist echt nicht klar. Wenn die EU institutionell so wäre, dass wir die Max-Webersche Frage, wer hat das institutionelle Gewaltmonopol geklärt hätte, dann wäre die Meinung des einen oder des Anderen, nicht nur der Osteuropäer, völlig egal. Ich glaube, das ist ein Stichwort, das Herr Reiter gerne aufnimmt. Liebe Ulrike, wenn du glaubst, dass du auch für andere die besten Antworten hast, dann müssen die anderen auch mitentscheiden dürfen, ob sie das wirklich für die besten, für ihre Antworten halten. Und genau so möchte ich nicht, muss ich mich ein bisschen doch wehren gegen den Verdacht, dass ich so ziemlich fundamentale Wissenslücken hätte, wenn ich gesagt hätte, wenn ich eine Liste von europäischen Werten hier aufgezählt hätte mit Wohlstand, Sicherheit und Freiheit, nein, ich habe von Freiheit gesprochen und dann habe ich gesagt, was, wofür Europa von Menschen, die nicht in Europa leben, bewundert oder beneidet wird. Und dazu, dabei habe ich eben gesagt, auch Wohlstand und Sicherheit und das nehme ich nicht zurück. Übrigens, ich glaube, auch für die Begründung der Europäischen Union ist das nicht ohne Bedeutung. Ich bin sowieso jemand, der eher wie mein Lieblingsdichter Heine, den darf ich noch einmal zitieren, auf flacher Erde lebt und handelt und nicht im Luftreich des Traums. Manche von Ihnen werden wissen, welches Land Heine meinte, als er glaubte, dass dieses Land eine besondere Neigung hätte, die Probleme der Welt im Luftreich des Traums zu lösen. Ich glaube, die Probleme sind entstanden auf flacher Erde und sie müssen auf flacher Erde auch gelöst werden. Und dazu gehört eben auch, glaube ich, die Einsicht, was wann möglich ist. Das ändert sich auch. Ich habe vor 10 oder 15 Jahren einen Beitrag oder einen kleinen Essay geschrieben mit der Überschrift, die lautete nach der Öffnung der Grenze kommt die Grenze der Öffnung. Und es ging nicht um Polen oder um Tschechien und Ungarn. Es ging um die ganze Europäische Union. Und um meine Befürchtung, dass wenn die Menschen glauben, dass die Öffnung unkontrolliert weiterläuft und sie auf diese Öffnung keinen Einfluss haben, es Widerstand gegen diese Öffnung geben kann. Und das ist, befürchte ich, eben eingetreten. Und das ist, glaube ich, eine Sache der Verantwortung der Handelnden, zu verstehen, was wann geht und was man wie begründen muss. Und nun zu der Frage Flüchtlingssituation. Ich will daran erinnern, das war damals kein Streit zwischen West und Ost. Es war eine Situation, in der Deutschland handelte, die meisten, fast alle westlichen Partner Deutschlands in der EU freundlich schwiegen und nur einige wenige Länder im Osten der Europäischen Union, weil die Lust am Provozieren haben, lautstark kritisiert haben. Aber es war kein Ost-West-Problem. Es ist auch heute kein Ost-West-Problem. Es ist ein gesamteuropäisches Problem. Wir müssen uns fragen, warum haben wir es so weit kommen lassen. Das ist glaube ich auch für die Zukunft eine wichtige Frage. Sie haben davon, Herr Hermann, schon gesprochen. Was ist unsere Handlungsfähigkeit in den Nachbarregionen? Was war und was ist heute unsere Handlungsfähigkeit in den Nachbarregionen? Die Menschen, die nach Europa kamen, das sind die Menschen, die kamen, weil wir nicht zu ihnen gehen wollten, weil Europa abgeschottet lebte, weil Europa introvertiert war und immer noch neigt, introvertiert zu bleiben. Das muss sich ändern. Diese Kultur Europas als Weltmacht, wenn Sie so wollen, das ist das, was ich glaube, wir alle brauchen. Nicht als einen Ehrgeiz von Intellektuellen oder von Politikern, sondern weil die Welt das von uns erwartet und zu Recht erwartet. Ich würde aber trotzdem einen Punkt nachfragen, Sie haben gesagt, es ist kein Ost-West-Problem. Ich erinnere mich an diese Tage in Brüssel und es stimmt, Deutschland war zum Teil relativ allein, es gab immer mehrere Staaten, die an der Seite Deutschlands standen, aber ganz so war es nicht. Es gab nur eine kleine Gruppe von Staaten und die kamen aus einer Region, die etwas gesagt haben, was die anderen nicht gesagt haben, dass nämlich jedwede Aufnahme von Flüchtlingen, es war eine relativ radikale Position, dass jedwede Aufnahme von Flüchtlingen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht infrage kommt. Ich erinnere mich an eine Nacht in Brüssel, die Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz plötzlich sagte, da ging es um diesen kleinen Verteilschlüssel, das waren ja kleine Zahlen, sie sagte, ich habe das unterschätzt, es den Widerstand, den es da aus, den mittelosteuropäischen Staaten gab. Sie haben gesagt, es gibt kein Ost-West-Problem, gibt es nicht doch eine Art Ur-Missverständnis, wir haben jetzt 15 Jahre EU-Erweiterung gefeiert, gibt es nicht doch sehr unterschiedliche Erwartungen auf der einen und eine der interessantesten Zahlen und das ist glaube ich genau die Debatte ist tatsächlich auf welche Befindlichkeiten hat wer reagiert. Ich bin bei Janusz, es ist keine Ost-West-Spaltung, ich finde wir sollten verhandeln, dass es die Polen, die Ungarn, die Tschechen genauso wenig gibt wie die Deutschen oder die Franzosen. Unsere aller Länder sind gespalten entlang der europäischen Frage. Wir haben heute nach diesen Zahlen 60% der Ungarn, sie sagen, fühlen sich europäischer als national und auf der anderen Seite haben wir Orban als Populisten in der Regierung. Das heißt, die Ungarn gibt es nicht und die Polen gibt es auch nicht, auch nicht in der Flüchtlingskrise, auch nicht in ihrer Bewertung. Und das, was vor allen Dingen aber in diese sozusagen Diskussion hineinspielt, ist die Tatsache, dass wenn sie über Migration reden in Osteuropa und da ist das Buch von Ivan Krastev Europa-Dämmerung ja wirklich das schönste Buch, was auf dem Markt ist, ist ein Bulgare und der hat gesagt, wenn man Migration sagt, in Bulgarien, Rumänien, in diesen Ländern, dann meinen die Leute die Abwanderung der eigenen Leute. Rumänien hat 20 Millionen Einwohner, hat in der letzten Dekade 5 Millionen Einwohner verloren und zwar alle zwischen 20 und 50, die qualifiziert sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein rumänischer Staat und haben eine Medizinfakultät in Bukarest und kaum sind die Leute 25 und Ärzte sind die alle in Hamburg, Brüssel, Barcelona oder Lyon, weil sie das Vierfache verdienen und Rumänien hat keine Ärzte mehr. Und dann hören Sie Migration und dann Flüchtlinge aus Syrien. Dann haben Sie eine ganz andere Diskurs Landschaft. Das, was wir hier in Deutschland verhandelt haben als Willkommenskultur, war nicht die Diskussion in Osteuropa. Und wir haben das erstens verkannt, am Ende gegeneinander ausgespielt und dann hatten wir, ich komme auf mein Ding zurück. Trotzdem am Ende des Tages trotzdem noch ein institutionelles Problem. In jenem Rat wurde verhandelt, dass 963 Flüchtlinge nach Ungarn sollen. Das hat der Rat entschlossen. Da hat der EuGH gesagt, das ist geltendes europäisches Recht. Und was passiert? Wir können diese 963 Flüchtlinge nicht in einen Bus setzen und über die ungarische Grenze fahren, was wir ja in einem deutschen Flüchtlinge verteilen, konnten wir das tun. Und wenn die Hamburg zu viele hat, haben wir ein paar nach Lüneburg gefahren. Das war so in der Willkommenskultur. Warum? Weil wir eine Verfassung haben und weil man das entscheiden kann. Und in der EU konnte man das nicht entscheiden. Orban hat gesagt, die 963 nehme ich nicht. Kein Sanktionsmonopol. Und Herr Kamani hat recht, die EU krankt auch und vor allem an ihrer Entscheidungsunfähigkeit, aber auch daran, dass wir, wenn wir gerade über Flüchtlinge und Öffnung und Schließung reden, über völlig unterschiedliche Dinge reden, wenn wir zwischen Ost- und Europa und Westeuropa darüber diskutieren. Herr Kamani, darf ich anknüpfen an das Beispiel Rumänien, das was ja fortsetzbar wäre, Litauen oder anderswo ist es genauso. Und wenn Sie dann auch noch Länder wie Kosovo oder Albanien oder warum dieser Gedanke eines wirklich vereinten Europas auch praktisch wichtig ist, wenn Sie meinen, dass die südeuropäischen Jugendlichen in Italien teilweise 50% Jugendarbeitslosigkeit nicht unsere Jugendlichen sind, das sind Ausländer sozusagen, das ist nicht unser Problem, aber zugleich offene Grenzen haben innerhalb Europas, aber derartige gewaltige Einkommensunterschiede, dass ein Arzt in Rumänien ein Fünftel, ein Sechstel verdient und nichts dafür tun, dass sich die Lebensverhältnisse angleichen, dann wird das ständig ins Rollen geraten, weil natürlich der Arzt aus Bukarest oder der Jugendliche in Sizilien oder der Arbeitslose in den Mitländischen versucht natürlich wegzukommen und sie können nicht gleichzeitig die Grenzen offen haben und zugleich das Gemeinwesen nach nationalen Grenzen bestimmen. Das ist einfach ein Widerspruch und ein Widerspruch, wenn der nicht aufgelöst wird, dann wird das diese Europäische Union sprengen. Das ist für mich vielleicht nicht in zwei Jahren, vielleicht der Brexit hat für so viele Strecken gesorgt, dass womöglich wir das Quorum von Populisten im Europäischen Parlament hoffentlich nicht erreichen, wo sie wirklich Europa von innen sprengen können, aber das Problem bleibt ja bestehen. Wir haben einen gemeinschaftlichen Raum mit offenen Grenzen, wo sich alle Nationen, die meisten Nationen, Deutschland ist da nicht an letzter Stelle. Beispiel Flüchtlingspolitik. Deutschland hat ja auch diesen Unmut erzeugt, weil Deutschland sich in den Jahren davor maximal unsolidarisch verhalten hat. Diese Kehrtwende kam ja aus dem Nichts. Deutschland war das Land, das gemeinsame europäische Lösungen zuvor blockiert hatte. Natürlich sagen dann viele andere europäische Staaten, eben wollten wir doch auch noch eine europäische Flüchtlingspolitik. Wer hat blockiert, das war Deutschland, jetzt plötzlich ruft Deutschland nach einem gemeinsamen Vorher hatten wir uns ja es uns bequem gemacht mit der Drittstaatregelung. Das heißt, wir hätten gar keine Flüchtlinge aufnehmen müssen. Ich komme immer wieder, weil es so viele Beispiele sind. Ich bleibe bei dem Beispiel des rumänischen Arztes. Wenn wir diesen Raum nicht als einen Gemeinwesen betrachten, wo wir es schaffen, dass Lösungen transparent sind, dass Beschlüsse transparent gefasst werden, dass wir wissen, wer ist, wer beschließt denn da, wie sind die legitimiert. Und dass die Bürger Rechtsgleichheit haben, all diese europäischen Bürgerinnen und Bürger, egal ob sie in Bukarest sind. Das bedeutet ganz klar zu sagen, es gab einen Versprecher, der auch sprechend war in ihrer Einleitung oder in ihrer Aufnahme von dem, was ich zuerst gesagt habe, es bedeutet nicht, dass alles gleich wird. Das wäre vollkommen konträr zum europäischen Gedanken sein. Europa ist entstanden gerade in seiner Vielfalt. Dass jemand wie Herr Reiter Heine zitiert und als Lieblingsdichter begreift, das ist kein Zufall, gerade in dieser Zeit, wo sich Nationalliteraturen verbunden haben, aber gerade in der Verschiedenheit, dass Dichter hier diese Vielfalt als Reich begriffen haben, da ist dieser europäische Gedanke entstanden, dass all diese Literaturen bewahrt werden sollten, es sollte kein Esperanto werden, es sollte auf keinen Fall, das wäre wirklich fatal zu meinen, dass sich hier die Gleichheit soll auf der Ebene des Rechts entstehen, aber nicht auf der Ebene der Kultur. Darf ich das mal an Herrn Reiter weitergeben, ist das nicht tatsächlich ein Konstruktionsfehler der EU, der gerade auch aus Sicht der Staaten, die vor 15 Jahren beigetreten sind, einleuchtend ist, da ja das Streben in ähnliche Verhältnisse, nicht nur wirtschaftlich, in ähnliche Verhältnisse zu gelangen, wie sie in Westeuropa schon herrschen, eigentlich Common Sense ist in Ländern wie Polen, Tschechien, also ist das nicht etwas, wo man einen Common Ground oder die Schnittmenge, von der ich sprach, finden könnte, dass man sagt, man einigt sich darauf, man muss einen Rahmen schaffen, in dem tatsächlich so eine Gemeinschaft funktionieren kann und die zementierte Ungleichheit der Verhältnisse macht das unmöglich? Ich glaube, das Schlimmste, was man tun könnte, wäre, einen falschen Widerspruch aufzubauen zwischen europäisch und national. Diesen Widerspruch wollen die Menschen nicht und den gibt es nicht. Man muss stattdessen, glaube ich, eben auch die nationale oder nationalstaatliche Verantwortung akzeptieren. Für viele Dinge, die man im eigenen Land macht und nicht die Europäische Union dafür verantwortlich machen. Mir gefällt die Art und Weise von Macron, der ganz offen sagt, ich kenne die Probleme meines Landes, ich weiß, ich muss die anpacken und ich weiß, ich schaffe das nicht ohne die Europäische Union. Dass er nicht immer ganz selbstlos handelt dabei, ist in der Politik eine akzeptable gesorgt. Die Annäherung der Lebensverhältnisse ist ein Ziel der Europäischen Union, ein Mittel dazu sind die Kohäsionsfonds. Das machen wir jetzt seit vielen Jahren. Es zeigt sich, dass die abgehängten Regionen, überhaupt nicht nur im Osten, nicht aufholen. Also der reine Transfer von Mitteln scheint ja an diesem Problem nichts zu ändern. Deshalb die Frage, ob da was dran sein könnte, dass man was am Rahmen ändern muss, da der Transfer von Mitteln innerhalb des bestehenden Systems offenbar nichts ändert. Ich hoffe, der Stellenwert der Transferleistungen wird nicht verringert. Darüber wird jetzt verhandelt. Perspektive bei aller Bedeutung der anderen wichtigen Ziele. Aber Sie können das Problem, das Phänomen, sagen wir so, Ungarn oder auch Polen nicht alleine wirtschaftlich erklären oder nicht alleine sozial erklären. In Polen geht es nicht so sehr um das Wirtschaftliche. Es geht um das Emotionale. Es geht um solche Sachen, die Menschen in den größten und reichsten Ländern nicht verstehen, weil sie sie irgendwie bekommen. Das ist Anerkennung. Das ist das Gefühl, was man auf Englisch Sense of Ownership nennt. Das ist etwas, was wir in Europa auch sehr ernst nehmen müssen. Es gibt keinen einfachen Zusammenhang zwischen dem Wohlstandsniveau und der Zufriedenheit mit der eigenen Lage. Der Wohlstand ist nicht ohne Bedeutung. Aber in Europa gibt es in vielen Ländern auch ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und Sense of Ownership. Das ist ein Bedürfnis, das man besonders in Deutschland verstehen müsste. Denn wenn die Europäer frustriert sind, unzufrieden sind, weil sie glauben, dass sie nicht alle fair behandelt werden, wird sich das in erster Linie so ungerecht das sein mag gegen Deutschland riechen. Ich würde bevor wir auch langsam ins Publikum gehen, wir wollen Bürgerbeteiligung ernst nehmen, würde ich genau das Stichwort, das hatte ich nämlich auch vor, über Deutschland zu sprechen, aufnehmen wollen. Frau Groh, Sie haben es ja auch schon, Sie haben über Berlin gesprochen, gibt es sozusagen in der EU, Deutschland ist die mit Abstand größte Volkswirtschaft, das ist das bevölkerungsreichste Land, es ist ein Land, in dem wir glauben, besonders proeuropäisch zu sein und zu handeln, gibt es ein Deutschlandproblem in der EU? Ja, natürlich, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, wer hältst du es mit Europa, so ein bisschen nach Goethes Faust, Gretchen, wer hältst du es mit der Religion, mir scheint, du hältst nicht viel davon, das ist einfach wie die deutsche Europapolitik in den letzten Jahren, in der letzten Dekade mindestens, aber in meinem Buch mache ich das über die letzten 30 Jahre, was Herr Karmani gesagt hat, wir haben jede Ambition auf das politische Projekt Europa verloren, dafür gibt es viele Gründe, das eine sind die biografischen Daten, Kriegsgeneration und so weiter, aber sprechen wir es doch mal aus, wir haben Europa verloren 2012 inmitten der Banken- und Euro-Krise, als vor allen Dingen dieses Land alles vom Tisch gewischt hat, was Europa vernünftig institutionalisiert hätte, ja, wir haben die Debatten ja geführt, die SPD hat gesagt, Euro-Bonds, europäische Arbeitslosenversicherungen und so weiter, also im Prinzip steht Deutschland auf diesem, wie hältst du es mit der Religion, ich glaube, ich halte nicht viel davon, soll heißen, wenn es ernst wird und wenn bezahlt werden soll, Transferunion, Transferunion, das ist das Ticket der AfD, dann funktioniert in diesem Lande gar nichts mehr, ja, und das ist schon ein deutsches Problem oder ein europäisches Problem, weil nichts passiert in Deutschland gegen und schon gar nicht ohne Deutschland und in dem Moment, wo wir gemauert haben und wir haben gemauert, eine Dekade lang, alternativlos und so weiter, gucken Sie sich mal an, was in Brüssel alles passiert ist, kann man, würde ich mal sagen, eine deutliche Wechselwirkung zwischen einem deutschen Mauern und dem Scheitern des europäischen Projektes über die letzten zehn Jahre nachzeichnen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, was mein persönliches Wutbuch ist, ich habe genug persönliche Anekdoten da reingeschrieben, was ich alles in Brüssel erleben musste, aber wenn die Bild-Zeitung sich wieder beschwert, dass wir ja nie die tollen Kommissare bekommen, Oettinger nur den Digitalkommissar und so, dann ist in Brüsseler Zeitungen steht drin L'Europe al Monde, also die Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung war in der letzten Dekade nicht mehr zu überbieten. Ich habe mich manchmal an einigen Tagen gefragt, wie in der FT, in Le Monde, in El Pais das stehen konnte und am gleichen Tag über das gleiche Ereignis in der deutschen Zeitung was völlig anderes. Wenn das stimmt und ich stimme mit dir völlig überein, dann bedeutet das, Deutschland muss immer eine Politik finden, die gut ist, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern aus europäischer Sicht. Aber das sage ich doch. Es muss nicht die beste Politik sein, es kann die zweitbeste sein, wenn sie von Europa akzeptiert wird. Wir kennen uns schon sehr lange und genau das, aber deswegen mache ich doch das Denkangebot Europäische Republik. Warum? Ich habe die Rede von Radek Sigorski in Berlin ja gehört im November 2012. Mehr als vor einem Deutschland das führt, haben wir Angst vor einem Deutschland das nicht führt. Das war die Rede des polnischen Außenministers im November 2012 in Berlin. Und die Rede hat so geschockt, weil von Polen erwartet man nicht, dass er da steht und sagt, wir wollen ein Deutschland das führt. Aber was ist das Problem der letzten Dekade gewesen? Deutschland hat die ganze Zeit gesagt, wir wollen überhaupt nicht führen, wir wollen das alle nur gehorchen und sich an die Regeln höher gehalten, werden, aber indirekt hat sublimiert Deutschland massiv geführt und zwar in allem, in der Flüchtlingskrise, in der Eurokrise und so weiter und so fort. Und dieser sozusagen der sublimierte, die sublimierte Hegemonie bei einer Rhetorik des Nichtführens, das war die Riesendiskrepanz der letzten Dekade und insofern mache ich doch euch, Janusz, euch, den Polen, den Osten, wenn ich sage, wir müssen Europa als Republik denken, im Grunde das Angebot eines Europas, was nicht mehr German Animal Farm ist. Warum? Weil ich vom Bürger aus argumentiere, das hatten wir jetzt schon, Herr Kamani und ich, allgemeiner politische Gleichheitsgrundsatz, übrigens Rechtsgleichheit heißt kein Zentralismus. Wir haben in Deutschland Rechtsgleichheit von Hamburg bis zum Bodensee und deswegen teilen sie nicht die Kultur von unten da, die da in Franken oder am Bodensee sitzen. Ich komme aus dem Rheinland, ich finde das hier in Hamburg auch schön, aber ist schon ein bisschen anders. Und damit ist irgendwie klar, das was sie und mich verbindet, ist nicht die Kultur, sondern was sie und mich verbindet, ist am Ende des Tages kriegen alle, die hier scheitern, Hartz IV. Das ist, was uns verbindet. Und das ist der Zustand der Rechtsgleichheit. Und deswegen sage ich, diesen Zustand der Rechtsgleichheit müssten wir für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger durchsetzen oder zumindest fordern. Und damit mache ich doch im Grunde ein absolutes Denkangebot gerade für die Osteuropäer, zu Recht, dass sie zweiter Klasse Europäer sind. Das müssen wir hier doch mal verstehen, dass wir seit 2004 in Osteuropa Erwartungen geschaffen haben, die wir nicht eingelöst haben. Janusz, du wirst mir nicht widersprechen. Die Polen wollten 2011... Ich hatte vom Anfang... Herr Reiter hat jetzt ein Denkangebot gekriegt, jetzt sollte auch die Gelegenheit kommen, was dazu gesagt. 2011 wollten die Polen in den Euro. Die Polen haben 1 zu 4 Sloty dauerhaft gehalten. Die Ungarn wollten 2008 in den Euro. Wir hatten eine kleine Bankenkrise, der Osten fällt hinten runter und es kümmert uns nicht. Ich hatte den Verdacht, das ist ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Aber es gab doch eine Einigkeit, nämlich Unzufriedenheit damit, wie Deutschland in den vergangenen Jahren agiert hat, oder? Das ist ja, aber ich glaube, das größte Problem ist das Mangel der Problembewusstsein in Deutschland. Ja. Das ist das größte Problem. Wenn man bewusst hört, kann das falsch oder richtig sein, aber wenn ein Land sich seiner Rolle, der Konsequenzen seines Handelns nicht bewusst ist und das unterdrückt, verdrängt, dann ist das schon ein Problem. Problem. Denn am Ende entsteht eine Situation, in der die Selbstwahrnehmung in dem Land eben so unterschiedlich ist von der Fremdwahrnehmung, dass ein gefährliches Gefälle entsteht. Und Deutschland ist zu groß, um in so einer Situation sich zu versetzen. Ich habe den Verdacht, die beiden sind sich einig, aber nicht wirklich einig, aber das wollen wir nicht weiterverdienen. Deutschland, Selbstwahrnehmung und Wirklichkeit laufen auseinander? Ja, absolut. Also jedenfalls des Regierenden Deutschlands und teilweise auch des öffentlichen Deutschlands, also das begann, man konnte es wahrnehmen in der Finanzkrise, also ich kann mich erinnern, die erste Reaktion, die Schlagzeilen und auch Parteitage Deutsch, Europa spricht endlich Deutsch, das war ja die Rhetorik. Und es gibt so eine Binnenwahrnehmung, man sei sozusagen der europäische Musterknabe, aber diese Binnenwahrnehmung wird, glaube ich, außerhalb Deutschlands einfach nicht übernommen. Das ist einfach ein, da können die Deutschen hartnäckig glauben, sie seien die besten Europäer. Das ist ein Glaube, mit dem sie relativ alleine stehen. Das bedeutet nicht, dass die Deutschen als Menschen nicht ankommen, sie sind ja sehr beliebt, weil das ist ja nicht so, dass alles hier falsch ist, aber wie sich Deutschland in den letzten Jahren politisch agiert, wie es sich, das hat schon eine Mischung aus einer unglaublichen Huspe, zu sagen, wir tun doch alles für euch und faktisch ist Deutschland das Land am meisten von diesen Dingen profitiert, aber dabei relativ wenig Bereites zu geben. sobald sobald es wirklich die Rede davon ist, wirklich Gemeinschaft zu stiften, dann antwortet man mit einer nicht, wie auf die Vorschläge von Macron oder man lässt dann, wenn man die anders antworten lässt, wie jetzt Frau Karambau antwortet man mit einem ersten Mal mit einem Affront, anstatt darauf zu reagieren, was Macron eigentlich gesagt hat und in anderen Dingen ist Deutschland das Land, was in vielen Feldern eigentlich erst dann den Tritt von der Bremse gelöst hat, als es selbst etwa im Zuge der Flüchtlingskrise betroffen war oder im Zuge der Finanzkrise, als es merkte, jetzt geht es so nicht weiter. Und da ist glaube ich, das ist auch ein Problem, glaube ich, auch nicht nur der politischen Akteure und auch der publizistischen Öffentlichkeit, die meine ich, hier nicht genau genug hinschaut, wie eigentlich deutsche Politik sich in Europa gestaltet und wie sie ankommt und wie sie wirkt, denn da, man hat ja wirklich den Eindruck, Merkel sei sozusagen die Führende, die Retterin Europas und die führende Stimme für die Europäische Union, also bei aller Wertschätzung für ihre Integrität und all dem, was man da sagen kann, aber die Politik, die europapolitische Bilanz dieser Merkel-Jahre ist insgesamt verheerend. Wenn wir sehen, wo Europa war vorher, wo Europa jetzt ist, wie es auseinander fällt, wie Spaltung zunimmt, wie Ungleichheit zunimmt, wie Europas Skepsis zunimmt, dann gehört das doch auch in die Verantwortung in dieser Jahre. Und da finde ich, dass man bei allem, was man vielleicht auch hier und dort positiv sagen kann, ich will das gar nicht in Bausch und Burgen verdammen, aber diese selbstgerechte Anmaßung, wir sozusagen sind, an uns scheitert Europa ja nicht, die Ungarn, die Franzosen, die Spanier, die Italiener, die müssten doch endlich mal, das ist ein Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und dann haben wir über Gastbrom noch gar nicht gesprochen. Stimmt, über Nord Stream haben wir noch nicht gesprochen, das ist in der Tat wahr, aber vielleicht kommt ja auch eine Frage, die sich darauf bezieht, ich würde nämlich tatsächlich jetzt einen kleinen Schnitt machen wollen und die Gelegenheit geben, einige Fragen aus dem Publikum zu stellen, wir sammeln ein bisschen, ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und tatsächlich Fragen zu stellen, auch nicht zu lang, weil uns ein bisschen die Zeit davonläuft. Wir haben, es ist mir gesagt worden, oder ich sehe es ja auch, ziemlich viele junge Leute auch im Publikum, die vielleicht bevorzugt drankommen sollten, deshalb, Hände hoch, da hinten, wir sammeln jetzt erst mal ein bisschen, bitteschön, mit Mikro, bitte. Ich wollte generell einmal fragen, wie das so funktioniert, dass Sachen entschieden werden, die, also ich sage jetzt einfach mal Artikel 13, was viele Jugendliche aufregt, wo es viele Demos gibt, wieso es trotzdem dazu kommt, dass Sachen durchgesetzt werden, die von den Menschen, die es betroffen, einen großen, für die es ein großer Einschnitt sein kann, also Beispiel YouTube, es gibt viele Sachen, die sind gut, aber es gibt auch viele Sachen, die sind schlecht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man nicht alles direkt schlecht sprechen soll, sondern dass man auch sehen muss, dass es genug Politikwissen, genug Arten gibt, sich selbstständig Bildung zu holen und dass man das nicht vernachlässigen sollte. Vielen Dank. Wie gesagt, nur die kleine Bitte, sich vorzustellen bei den Fragen. Jetzt habe ich die Bitte immer noch mal, ich kann mir das nicht alles merken, wer noch Fragen hat, bitte sich melden. Hier in der dritten Reihe. Hallo, mein Name ist Frido Wagner vom Gymnasium Burghorn und meine Frage würde an Sie gehen, Herr Kamani, und zwar haben Sie gesagt, dass es ein Problem ist, dass zum Beispiel wenn Griechen wählen, dass sie dann halt nicht wirklich darauf Einfluss nehmen können, was dann halt letztendlich entschieden wird, weil es halt in Brüssel entschieden wird. Und meine Frage ist einfach nur, wie kann man das ändern? Also kann man es so machen, dass es europäische Vertreter ist, die man dann direkt wählt? Aber wenn die dann irgendwie aus anderen Ländern kommen, dann sind die ja trotzdem beeinflusst von dem eigenen Land. Also sollte es europäische Vertreter gehen, die man direkt wählt bei so Europawahlen wie Sonntag kommen? Das würde vielleicht zu der Frage passt vielleicht dann auch die Frage. Es gab ja die Idee transnationaler Listen, also das ist nicht immer nur Landesvertreter, das können wir dann vielleicht damit aufnehmen. Gibt es weitere Fragen? Und meine Frage würde auf die Europäische Republik nochmal zurückkommen. Und zwar haben Sie ja die angepriesen und haben auch gesagt, warum sie die haben wollten. Aber mich würde noch mal interessieren, wie Sie sich das vorstellen. Sie haben davon gesprochen, dass jetzt im Wahlkampf die europäischen Werte verraten werden, haben Sie glaube ich gesagt. Und wie stellen Sie sich das vor, dass wir innerhalb von Deutschland am gleichen Strang ziehen und dann noch europaweit, dass es dann tatsächlich zu einer europäischen Verfassung kommen kann. Vielen Dank. Vielleicht noch zwei Fragen, zwei, drei Fragen, kann man glaube ich noch sein. Oder sollen wir jetzt erst mal zurück und dann noch mal eine Runde machen? Sonst vergessen wir die . Dann machen wir es so. Artikel 13 war eine Frage, dann die Frage Griechenland Brüssel und die Europäische Republik, wie soll das eigentlich funktionieren? Ich gebe es einfach mal so, wer möchte was beantworten? Also das mit der Europäischen Republik geht, glaube ich. Während wir alle über die Upload Filter nachdenken und ich da irgendwie nur so eine Generationendynamik drin vermesse. Es ist echt total interessant. Ich hatte als Mega-Upload vor fünf Jahren diese, wo man sich die Filme runterladen konnte. Da hat mein Sohn mich ganz hektisch angerufen, Mama, Mama, du machst doch was mit Europa. Wieso kann die EU jetzt Mega-Upload verbieten? Also das, was ich gerade nur interessant finde, ist, was Sie als Generation wahrnehmen und wo Sie auf der Straße sind und was wir hier verhandeln. Ich habe da keine Antworten drauf. 13a ist eine echte, ich sage mal, Grunde keine Detailfrage, will eine Form des Copyrights im Internet finden. Das ist die Diskussion, aber viel interessanter und dann bin ich auch schon bei der Republik, finde ich, was bei Ihnen Aufmerksamkeit erregt. Also institutionelle Fragen offensichtlich eher nur am Rande, aber Artikel 13a waren Sie alle da in allen Städten. Ich gehe mal zur Republik. Wie ich mir das vorstelle, ist ganz einfach. Ich gucke immer auf die guten Zeiten, wo wir Europa gemacht haben und wo es solche Leute gab wie Mitterrand, Delors und Kohl, die gesagt haben, wir machen das jetzt mal. Übrigens ohne große Diskussion bei der Körperstiftung und in jedem Rathaus, sondern einfach mal, wir machen das jetzt. Und wie haben die das gemacht? Die haben einen Vertrag gemacht und in diesem Vertrag gab es eine Stichtagsregelung und dann wurden Systeme umgestellt. Wir haben zum 01.01.1992 aus verschiedenen Märkten einen europäischen Binnenmarkt gemacht. Wie haben wir das gemacht? Wir haben 6.000 Regelungen konvergiert und an einem Tag umgestellt auf den Binnenmarkt 92 und ab dem Tag durfte jedes Gut, was irgendwo in Europa hergestellt wurde, überall verkauft werden. Sie sind zu jung, um das zu wissen, aber wir haben in den 80er Jahren in diesem Land große Schlachten geschlagen um das Reinheitsgebot des deutschen Bieres, weil wir der Überzeugung waren, dass nur unser Bier das Gute ist und wir deswegen kein tschechisches, dänisches oder belgisches Bier im Supermarkt wollten. Dann hat der EuGH gesagt, so ist es nicht, die Tschechen können auch gutes Bier machen, ihr könnt es mal probieren, ihr Deutschen, und jetzt können sie genießen, dass wir tschechisches, dänisches und belgisches Bier im Supermarkt haben, das war der Binnenmarkt. Das nennt man einfach eine Stichtagsregelung und alle Güter sind gleich vor dem Recht. Für die Güter gilt nämlich jetzt schon in Europa, was Herr Karmane und ich wollen, was für Bürger gelten soll. Die Gurke ist die Gurke, ganz egal, ob die aus Spanien, Italien oder aus Holland kommt. Dann und hier ein paar D-Mark. Es wäre besser, wir hätten noch eine Währung. Dann ist der Markt wenigstens transparent. Dann haben die wieder einen Vertrag gemacht und gesagt, in den nächsten zehn Jahren machen wir noch eine Rechtskonvergenz, diesmal Rechtskonvergenz für Geld. Wir machen aus Schilling ist gruder Liria und Gulden machen wir jetzt mal ein Euro ist ein Euro und heute haben sie die alle im Portemonnaie und wenn sie nicht zufällig hinten noch drauf gucken wo der herkommt und manchmal haben sie Glück haben sie einen griechischen oder so ist jedenfalls der Euro in der Eurozone gleich vor dem Recht. Für Güter und Kapital haben wir schon Rechtsgleichheit. Jetzt will ich zur Europäischen Republik sage ich einen Markt eine Währung eine Demokratie ich hätte gerne dass wir das letzte Drittel auch noch gehen und wir schaffen Rechtsgleichheit für Menschen die nämlich der souverän sind damit wir als Bürgerinnen und Bürger Europa genau das genießen was die Gurke und der Euro schon genießen nämlich Rechtsgleichheit und da hätte ich gerne auch mein Lieblings Gedicht von Ringelnatz weil ich ja gerade in Hamburg sind ja aber mit den letzten Metern hat man es schwer Sie kennen das mit Ringelnatz es waren einmal zwei Ameisen die wollten nach Australien reisen doch in Altona auf der Chaussee da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weiser auf den Wir sagen zum Beispiel zum 01.01.2025 wollen wir auch eine europäische Sozialversicherungsnummer für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger und eine europäische Steuernummer für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger und zwar die gleiche ganz egal ob sie in Portugal oder in Helsinki geboren werden und dann könnte man das System umstellen wir könnten es sogar bestandsneutral machen das heißt alle Menschen die jetzt hier in Europa sind und das wäre politisch zu anstrengend die stellen wir nicht mehr um die phasen war out in ihren nationalen Systemen so haben wir es ja mit der D-Mark auch gemacht aber für alle Nachgeborenen also alle die ab dem 01.01.2025 geboren sind beschließen wir diese europäische sozial und steuer versicherungs nummer und dann kriegen wir die gleiche konvergenz hin für die bürger die wir früher für die währung und die güter im prinzip gemacht haben das finde ich eine vollendung des europäischen projektes das ist das Europa das ich will und deswegen nenne ich das europäische republik zunächst einmal der Gedanke ist ja nicht ganz neu dass man diese politische Einheit zusammen auch vorziehen muss das ist der Gedanke des Grundgesetzes der Gedanke von Konrad Adenau das sind ja keine sozusagen Schwinner gewesen sondern das sind die jenigen gewesen auf die jedenfalls auch die jenigen sich beziehen sollten die heute europäische Politik machen also das ist ja etwas was mit dem das Europa sich langsam weiter entwickelt nicht von heute auf morgen alles geschieht aber dass Jahr aber doch als ziel sind die vereinigten staaten von Europa die ein element das beste element deutschland übernehmen nämlich den föderalismus das was es gehört ja beides zusammen es kann kein super staat werden der alles bestimmt sondern ein föderales Europa und jetzt komme ich zu der Frage zu den Upload Filtern ist wirklich eine lange Diskussion ich finde da ist die Frage die europäisch ist wie kommt es zu dem Beschluss ob der Beschluss selber richtig ist oder nicht das ist eine Diskussion die wir nicht zu Ende führen können ich als Schriftsteller habe ein großes Interesse kann ich sagen dass mein geistiges Eigentum geschützt wird denn sonst könnte ich nicht leben es ist einfach dieses was was ich einfach in der Diskussion vermisse auch bei denen die gegen des Upload Filters sind das betrifft mich nicht jetzt sofort weil ich kein Musiker bin aber dass geistiges Eigentum nichts gelten soll das sehe ich überhaupt nicht so ich finde es muss was gelten und ich bin jetzt nicht technisch bewandert ob die Upload Filter das richtige sind aber jedenfalls der Gedanke ich würde auch da gerne die Frage anschließen weil ja auch die Frage wie kann so eine Entscheidung getroffen wir reden ja hier von der Entscheidung die demokratisch zustande gekommen eben nicht das ist ja der Punkt ist es nicht im Europäischen Parlament entschieden ja aber die Entscheidung es ist ein komisches nicht Gleichgewicht faktisch werden ja es gibt die Verträge da sind dem Anschein Europäischer Rat irgendwie gleichberechtigt faktisch ist es ja nicht so faktisch werden die Entscheidungen ja im Europäischen Rat getroffen für all diese Beschlüsse und die sind in der Tat nicht ausreichend demokratisch legitimiert und das ist das was ich eben schon mal angedeutet habe im Europäischen Rat also das eigentliche Beschluss Gremium für etwas solche Beschlüsse auch wenn das Parlament versucht seine Kompetenzen auszuweiten was ja auch Richtiges also es kämpft ja die Hände in den Schoß legen und nichts tun sie versuchen sich ja Rechte zu nehmen Einfluss zu nehmen aber sie sind institutionell auf dem Schwachen haben sie nicht wirklich die Macht Beschlüsse werden gefasst von Politikern von Regierungsvertretern die national gewählt sind aber die europaweit deren Beschlüsse europaweit gelten das heißt die jenigen die europäischen rat sind nicht allen europäern verpflichtet sondern sind ihren eigenen nationalen wählern verpflichtet was dazu führt dass immer in diesen Beschlüssen das nationale Interesse voransteht weil die müssen sich ja vor ihrer nationalen wählerschaft verantworten und nicht vor einer gesamteuropäischen das heißt ich bin in der Tat dafür dass es nationalisten geben sollte dass es europaweit liste geben sollte und vor allem natürlich dass die kompetenz des europäischen parlamentes wirklich gestärkt wird zu einem wirklichen parlament einem beschluss dass die entscheidungen getroffen werden von den demokratisch legitimierten vertretern vertretern im europäischen parlament mit einem initiativ recht und so weiter und so fort weil dann wenn das gegeben wäre dann gäbe es auch einen europäischen wahlkampf er muss ja gar nicht geführt werden weil das europäische parlament gar nicht die macht hat die es haben müsste weil ja faktisch dass der europäische rat weiterhin am längeren hebel sitzt und hier ist ein institutionelles ungleichgewicht was vielleicht nicht zu sagen sofort sich schon auflösen muss es kann ja Schritte geben hin zu den Vereinigten Staaten und Europa aber ich glaube dass hier in der Tat ein Beschluss wie etwa die Upload Filter oder andere Beschlüsse die man richtig oder falsch finden kann aber was in der Tat ein Problem ist dass sie nicht ausreichend demokratisch legitimiert werden weil das Beschlussgremium das wirklich solche Beschlüsse fasst dass sie letztendlich verantwortet in der Realpolitik nicht diejenigen sind die wirklich von einer europäischen polis gewählt worden sind kann ich mal ganz plastisch machen wir haben europäische die sozialwissenschaft hat verschiedene umfragen laut derer ungefähr eine zweidrittelmehrheit der europäischen bürgerinnen und bürger für die Einführung einer europäischen arbeitslosen versicherung wäre das würde dieser europäischen sozialversicherungs nummer entsprechen wir kriegen die nicht durch den rat die liegt seit 2014 wird die immer wieder im rat vorgebracht europäische arbeitslosen versicherung das letzte mal vom ungarischen kommissar laszlo andor 2014 es wird im rat immer abgewählt warum weil im zweifelsfall der deutsche vertreter und im schlepptau die niederländer österreicher und alle die die so im deutschen speckbauch sind das alles nicht wollen warum weil die halt wie herr kamani sagt der deutschen bevölkerung verantwortlich sind aber nicht der gesamte europäische wir haben jetzt hier bedauerlicherweise keinen abgeordneten egal welcher partei des europäischen parlaments der ihnen glaube ich an der einen oder anderen stelle widersprechen würde und zum beispiel darauf hinweisen würde dass so einiges im europäischen parlament wie zum beispiel datenschutz grundverordnung beschlossen wurde was durchaus auch anders herausgekommen ist aus dem parlament als es vom rat hereingegeben worden weil das europäische parlament kämpft das ist ja auch richtig das ist ja nicht so dass die untätig sind die versuchen sich ihre rechte zu nehmen aber die verträge sind nicht so wie sein sollten ich wollte nur den zwischenruf machen bevor die logik ist ja die der deutsche politiker der wirklich europäisch denken würde befürchten müsste dass er von seiner eigenen Nation abgewählt würde weil er nicht im Interesse der Deutschen sozusagen agiert das heißt das ist ja der Widerspruch das heißt wir sorgen ja dafür weil wir innerhalb der Nation demokratisch sind dass unsere Vertreter immer das Interesse der Nation voranstellen und das macht diese Europäische Union sozusagen diese Beschlüsse so schwierig das heißt wir müssten natürlich nicht das ist das könnte ja zwei Seiten einer Medaille wir brauchen nicht diesen europäischen Superstaat der bis ins kleinste hinein alles regelt überhaupt nicht es geht wirklich um die Themen der Außenpolitik der Sozialpolitik der Finanzpolitik aber die Dinge die alle Europäer betreffen müssen von Politikern von Vertretern von demokratisch gewählten Vertretern gefällt werden die auch vor allen Europäern verantwortlich sind und wenn die Beschlüsse gefasst werden von Politikern von Vertretern die nur ihrer national Öffentlichkeit verantwortlich sind dann setzen sie natürlicherweise das nationale Interesse voraus meine Verantwortung als Moderator ist es jetzt hier Minderheitenrechte zu wahren und deshalb ist Herr Reiter dran und darf noch die Fragen des Publikums beantworten aber auch sie reagieren vielen Dank ich weiß das hier zu schätzen das ist auch ein Teil Europas ich muss gestehen ich sage das ganz brutal mich erinnert die Diskussion ein bisschen an Diskussionen wie in Wohngegenden in denen es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt in der Regel 50 Kilometer und die wird nicht beachtet die Leute fahren viel zu schnell und darauf wird reagiert indem eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird und zwar 30 in der Erwartung in der Hoffnung dass wenn also mit der Senkung werden die Leute schon langsamer fahren tun sie aber in der realen Welt eben nichts ich habe viele Vorwürfe gemacht Frau Merkel aber ich muss gleichzeitig auch verstehen warum sie manchmal so handelt wie sie es tut und nicht so wie ich es mir wünschen würde und zwar ich muss sie auch zugute halten dass sie in dieser ganzen furchtbar schwierigen Zeit der Krise eine Politik geführt hat die nicht zum Abbrückeln der Unterstützung für die Europäische Union in Deutschland geführt hat und wenn am Ende wenn das Ergebnis einer Politik von Frau Merkel und von Herrn Schäuble in Deutschland die Unterstützung für die Europäische Union gefallen wäre wäre das ein gewaltiges Problem nicht nur für Deutschland sondern auch für andere Länder eine zweite Bemerkung wenn ich mir erlauben darf ich glaube nicht dass es sehr viel Sinn hat jetzt über das über Vereinigte Staaten von Europa zu sprechen es gibt so einen Begriff den nennt man Klugheit der Etappe das ist nicht die Etappe das ist nicht die Etappe vielleicht kommt die Etappe noch ich hätte nichts dagegen ich wäre begeistert wenn diese Etappe käme aber wir leben heute in einem Europa in dem viele Völker in einer Krise stecken nicht nur in einer Wirtschaftskrise sondern in einer Art Identitätskrise und das betrifft große und kleine Völker das betrifft zum Beispiel auch Frankreich Frankreich hat nicht nur ein politisches Problem im rein pragmatischen Sinne sondern Frankreich hat ein tieferes Problem Frankreich ist in der Phase der neuen Selbstfindung wenn man glaubt dass man solchen Völkern anbieten kann die Lösung ihrer Probleme durch eine Konstruktion die man nennt Vereinigte Staaten von Europa dann täuscht man sich glaube ich erst es ist diese falsche Hoffnung die es seit langem gibt dass gescheiterte Nationalstaaten gute Bestandteile eines oder erfolgreiche Bestandteile eines integrierten Europa werden können ich glaube nicht daran ich glaube dass nur wenn die Menschen in ihren eigenen Ländern das Gefühl haben dass es ihnen gut geht dass sie die Dinge auch kontrollieren nur dann sind sie bereit über eine weitergehende Integration über eine engere Integration zu sprechen heute bekommt man stattdessen anstatt Begeisterung bekommt man Angstgefühle und ich glaube diese Angstgefühle können dann zu einer Reaktion führen die sozusagen das Gegenteil bewirkt zu dem was Ulrike will und wofür ich wie gesagt persönlich große Sympathie habe und ich hatte sogar ein bisschen diesen Traum geteilt vor 10 15 Jahren aber ich glaube eben das ist nicht die Etappe in der das die beste Antwort ist auf die Probleme die wir in Europa haben ich finde das interessant weil wir jetzt zum Ende zum Ende des Gesprächs doch eine vielleicht sehe ich das jetzt zu optimistisch eine doch gar nicht so kleine Schnittmenge haben weil Sie ja auch sagen das Ziel oder vieles von dem was hier als Ziel formuliert wurde würden Sie teilen Sie haben nur große Bedenken dass es jetzt in der Weise wie es Frau Gero zum Beispiel vorschlägt angepackt werden kann dieses Stichwort Angst ist ist das nicht ein berechtigter Punkt da wir ja zu langsam zum Ende kommen müssen was würden Sie jetzt als nächstes anpacken und wie würden Sie um zu Ihrem Ziel gelangen tatsächlich die Bevölkerungen in den 27 28 Mitgliedstaaten davon überzeugen haben Sie nicht die Befürchtung dass Sie tatsächlich mit diesem Projekt scheitern und am Ende mit etwas dastehen das weder Sie Ihren Ziel weitergebracht hat noch die EU wie sie mehr recht als schlecht jetzt funktioniert dann Ihren Bestand erhält also erst mal Janne Schreiter und ich kennen uns wirklich schon seit vielen Jahren ich glaube das dürfen wir jetzt hier mal sagen ja und ich glaube unser Moment der Enttäuschung ist ja der gleiche ich bin auch schon seit 15 Jahren enttäuscht seit 10 Jahren enttäuscht seit 8 Jahren ich meine es wird ja immer schlimmer also wie lange man geträumt hat und wann man das Gefühl hat wie Herr Kermani gesagt hat dass die Dinge einfach gekippt sind weil wir eben kein politisches Ziel mehr haben den Moment kann jeder für sich bestimmen dafür sind Sie jetzt so jung die sie da sitzen aber ich hätte Entschuldigung ist es nicht gekippt als zum Beispiel die Franzosen und die Niederländer genau ich sagen sagen wir haben einen Verfassungsversuch gemacht 2003 aber ich will ganz konkret zu der Frage sprechen die Frage ist ob ich damit durchkomme und da bin ich ganz pathetisch ich habe hier kein Ziel mit irgendwas durchzukommen ich habe sowieso kein Amt und kein Mandat das was ich versuche ist Europa zu denken und dass wir einen Sehnsuchtsort haben wohin wir wollen das ist das was ich mache darüber schreibe ich Bücher und erinnere noch daran dass wir mal dieses Ziel geteilt haben das steht auch noch im Maastrichter Vertrag ever closer union wir haben uns glaube ich hier auf diesem Panel in einem großen Konsens daran herangetastet dass wir das alle mal vorhatten und wir haben auch einen großen Konsens erzählt dass das alles nicht gekommen ist unter anderem weil auch dieses Land seiner Verantwortung in Bewusstsein habe ich glaube tatsächlich nicht mehr an den Moment wo wir glückliche Völker haben die mit sich im Reim sind und jetzt beschließen in die nächste Etappe zu gehen was ich sehe wenn ich sehr analytisch gucke ist dass wir gespaltene Gesellschaften in Europa haben gucken sie nach Großbritannien Brexiteers Remain gucken sie nach Deutschland Pulse of Europe Pegida gucken sie nach Frankreich Gelbwest Macron Deutschen sind sie Pulse of Europe oder Pegida beides so was ich nur sagen will wir haben eine Spaltung in den Gesellschaften und zwar auf dem ganzen Kontinent und ich weiß weil ich keine Kristallkugel habe nicht wie wir da raus kommen das einzige was ich sage ist das ist so ein bisschen John Lennon Geschichte ist was passiert während du darüber nachdenkst was wir machen sollten life is happening while you are Wiedervereinigung hatten und sie doch nicht gemacht haben weil irgendwann saß Schabowski da und hat gesagt Moment mal ab wann gilt das ab jetzt sofort ich weiß es nicht genau das war der Moment der Wiedervereinigung und was ich damit sagen will ist dieser Moment war gut aber er war nicht geplant und wir hatten ihn nicht in der Hand aber am Tag danach haben wir gewusst was wir zu tun hatten nämlich ich sitze hier weil ich nicht entscheide das macht der Weltgeist von Hegel wann die Tür der Geschichte wieder aufgeht aber dass die EU so wie sie ist stabil ist das glaube ich kann man nicht behaupten und insofern versuche ich ein plausibles Diskursangebot zu machen was wir tun könnten wenn wieder so ein Schabowski Moment in Europa entsteht ja und dass wir am Tag danach wissen was wir zu tun haben nämlich Europa zu begründen auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle Bürgerinnen und Bürger ich würde gern zwei Dinge sagen zum einen diese These dass es da die Schwärmer gibt und dann gibt es die Realisten in der europäischen Geschichte haben die Schwärmer recht behalten der Gedanke der allgemein erkenne Menschenrechte war an der Wende zum 19. Jahrhundert sowas von utopisch der Gedanke einer europäischen Union war im Entstehungsprozess der Nationalstaaten vollkommen unrealistisch Victor Hugo ist ausgelacht worden im französischen Parlament als er von den Vereinigten Staaten von Europa sprach sie könnten diese Reihe von Leuten die ausgelacht worden sind von denen die realpolitisch in den Weltkriege gegangen sind könnten sie fortsetzen die nicht noch Stefan Zweig hat noch 1932 hat Stefan Zweig von Europa als seinem Evangelium gesprochen wie realistisch war das 1932 natürlich war es nicht realistisch natürlich hätte er damit keine Wahlen gewinnen können aber gerade weil es Menschen gab diese ominösen Dichter und Denker und ein paar andere die sozusagen über eine Wahl hinaus gedacht haben die ein paar Ideen entwickelt haben die dann in einer bestimmten konkreten politischen Konstellation wie nach 1945 gab es ja die Ideen wenn es die Ideen nicht gegeben hätte hätte man 1945 nicht damit anfangen können und das Zweite was ich sagen möchte ist was passiert wenn wir die Ideen nicht haben ich habe ich kann Ihnen eine Anekdote sagen ich war eine Woche vor dem Brexit hat mich ein deutscher Politiker ich sage nicht wer hat mich besucht wir hatten in Köln ein Gespräch ein führender deutscher Politiker und alle dachten ja der Brexit wird nicht kommen und ich fragte ihn ja was ist denn wenn er nicht kommt wenn er kommt was ist denn wenn es schief läuft gibt es da irgendeinen Plan also gibt es einen Plan dass sich am Sonntagabend dann die europäischen Führer irgendwie zusammensetzen und dann eine Erklärung herausgeben oder einen Stufenplan oder wie gehen wir denn damit um und er hat mich noch am Freitag angerufen es gibt keinen Plan wenn man sagen nur kann ich bestätigen ich war in Brüssel also wenn man nur für den Augenblick denkt also nur von Entscheidung zu Entscheidung dann ist man einfach planlos in solchen Situationen das heißt das was Herr Reiter sagt dass natürlich wenn ich jetzt in Brüssel was ich jetzt hoffentlich und nie werde irgendein Amt oder was würde ich auch nicht sagen der nächste Schritt wäre jetzt Einführung der Vereinigten Staaten von Europa aber ich würde zum Beispiel sagen aha es ist doch keine schlechte Idee über Verträge die nicht funktionieren neu nachzudenken und dann einen Vertrag unseren Völkern diesen Begriff mal zu nehmen unseren Völkern vorzulegen der überzeugender ist als die bestehenden Verträge man muss doch ernst nehmen dass Europa in den letzten Jahren keine einzige Abstimmung gewonnen hat weder die europäische Verfassung ist gewonnen worden der Brexit ist nicht gewonnen worden das Ukraine Abkommen ist von den Niederländern nicht zugestimmt worden das heißt das liegt doch vielleicht nicht daran dass die Menschen so anti-europäisch sind sondern dass diese Verträge nicht so überzeugend waren ich glaube dass ein Europa das sich konzentriert auf die wesentlichen Dinge auf die wesentlichen Inhalte das überzeugend konstruiert ist das transparent ist das mit einer Begeisterung auch vertreten wird von denen die es nicht damals versteckt bei der europäischen Verfassung wo niemand für die geworben hat oder beim Brexit wo derjenige der gegen den Brexit war derjenige war der Zeit eines Lebens gegen Europa gekämpft hat wie David Cameron wenn sie wirklich einen überzeugenden Vertragsentwurf haben der wirklich die Dinge auch transparent macht der klar macht es geht nicht darum alles klein klein zu regeln ist die Entscheidung take back control genau das wollen wir machen wenn sie das den Menschen vorlegen den Völkern dann bin ich mir sicher dann wird in einer Mehrzahl der europäischen Länder gäbe es Mehrheiten für einen überzeugenden Entwurf und wenn es dann mal nicht Mehrheiten gibt in einzelnen Ländern ist das eben so dann wird sich zeigen dass diejenigen Länder die enger kooperieren mehr Wachstum mehr wirtschaftlichen Wohlstand besseren Umweltschutz bessere Stanzas bessere Sozialverträge und so weiter haben und sie erreichen die Dynamik die diese Europäische Union hat anwachsen lassen das heißt wenn sie eine erfolgreiche Europäische Union haben werden dann vielleicht wenn sie es mag dann sein dass noch nicht jeder mitmacht aber es wird ein solches erfolgreiches Projekt sein das wieder eine Anziehungskraft auslöst die es gegenwärtig nicht hat und sie werden die Zustimmung auch der ausstehenden Gesellschaften gewinnen das ist glaube ich das wäre so ein bisschen die 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 im Konkreten ganz konkret Lissabon-Verträge dort wo es notwendig umschreiben aber mit einem mit einem Ziel einer Utopie vor Augen wofür Europa eigentlich stand und das war das was ich am Anfang europäisches Grundgesetz kann ich noch einen Satz sagen ich habe am Anfang gesagt Europa die Europäische Union ist nur ein kleiner Teil der Welt ein immer kleiner färdernder Teil der Welt ich bin gespannt wie Vertreter von Amerika oder von China und anderer nicht europäischer Mächte auf diese Diskussion hier reagiert hätten und sie vertreten einen nicht unbedeutenden Teil der Welt wir haben befürchte ich über Europa so diskutiert als ob es nur Europa auf die Welt gäbe und den Rest nicht ich glaube das alles führt uns leider nicht dazu dass Europa sich in der Welt besser behaupten kann und nur wenn wir der Welt imponieren können wir uns selbst imponieren und ohne dass wir uns selbst imponieren würden wir in der Welt auch keinen Erfolg haben herzlichen Dank es sind in der Tat in der Tat Fragen offen geblieben uns standen 90 Minuten zur Verfügung die wir schon deutlich überschritten haben eingangs habe ich die Frage gestellt ob das ein Schicksalsmoment ist ich glaube wir sind uns in der Frage einig geworden dass das jetzt am Sonntagabend um 18 Uhr kein Schicksalsmoment ist dass er aber kommt ich weiß auch nicht ob jemand gekommen ist hierher und sich versprochen hat irgendeine Wahlempfehlung oder Handlungsanweisung für den Sonntag das glaube ich eher nicht aber ich glaube dass diejenigen und das sind wahrscheinlich fast alle die am Sonntag wählen gehen doch etwas mitnehmen von dieser Diskussion ich hab's jedenfalls herzlichen Dank und alles Gute am Sonntag und danach hat euch das Video gefallen dann abonniert unseren Kanal um kein Video zu verpassen schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de slash mediathek und folgt uns auf Facebook Instagram und Twitter danke fürs Zuschauen und bis bald